Wir befinden uns hier mal noch in Belgien beim Belgian Beater und neben mir Chris Lassin und Iron Mike, der für uns übersetzen wird. Chris, ein sehr schweres Kampf war der Plan, mit ihm zu standen und zu bangen? Ja, für mich ist es ein sehr schweres Kampf. Normalerweise ist mein Spielplan, ich beginne in Stand-Up, ich rege das Maximum in Stand-Up und gehe auf den Boden. Vielleicht ist mein Stand-Up so schwierig. Und der erste Kampf beginnt und ich gehe direkt auf den Boden. Ich fülle meine Take-Dance und der Krieg beginnt für mich. Ich fülle alle die ersten auf der Rückseite, mit dem Gegner in meinem Garten. Und er schiebt auf mich, schiebt auf mich, schiebt auf mich, schiebt auf mich, schiebt auf mich. Der zweite Kampf beginnt, ich beginne in Stand-Up, ich beginne in Stand-Up und direkt auf mein Gegner in der Gegend. Ich bin auf die Rückseite, meine Gegner in meinem Gegner in meinem Gegner in meinem Gegner. Und ich blockiere den Kampf in 2 Minuten, nachdem der Spieler auf die Gegner sagt, dass ich auf die Gegner in Stand-Up. Ich beginne in Stand-Up, ich beantworte einen auf zwei Punkte und einen Knie. Und mein Knie öffnet meinen Rekord meiner Gegner in meinem Gegner. Der blöde beginnt und der Spieler auf die Gegner stoppt. Das ist nicht der Kampf, ich gewinne, aber ich bin nicht glücklich mit diesem Kampf. Ich sage, wenn ihr möchtet, ich nehme einen Rekord. Kein Problem, aber ich gewinne. Aber ich mag nicht den Rekord. Das ist ein Knie. Das ist ein Knie. Das ist kein Knie. Das ist kein Knie. Das ist kein Knie, aber ich verliere mich. Ich verliere mich. Ich verliere mich. Ich verliere mich. Das ist klar. Und ich verliere mich nur mit einem Knie. Das ist ein MMA, aber das ist nicht mein MMA. Das ist das. Ich fragiere mich. Was warst du jetzt? Was warst du jetzt? Weil die Zeit rauskam. Und du warst immer auf deinem Knie. Vielleicht ist es die letzte Hoffnung, dass der Rekord dich aufbauen und du gewinnen mit einem K.O.? Ja, vielleicht. Aber vielleicht wird der Rekord nicht aufbauen. Und ich verliere mich. Für mich ist der Rekord nicht aufbauen. Der Rekord nicht aufbauen. Das ist normal. Ich verliere mich. Ich verliere mich. Ich verliere mich. Aber es ist nicht zu schnell. Was warst du in der Knie? Weil du schreitst. Es ist immer so, wie du in der Kampf warst. Es war sehr schwierig für mich. Ich habe meinen Mann zu sehen. Und er hat gewonnen. Es war sehr schwierig für mich. Und am Ende, du hast du etwas gesagt. Was warst du? Kannst du das in Englisch ein bisschen? Ja. Es ist normal. Es ist meine Stadt. Und ich habe 200 Tickets. Das sind nur meine Freunde. Mein Freund von Paris. Es gibt 300 Kilometer. Es gibt keine mehr Leute dafür. Es ist normal. Hier in Belgien. Alle Leute wie ich. Ich habe fünfmal in Belgien gewonnen. Ich habe fünfmal gewonnen. Ich habe fünfmal gewonnen. Die Leute kennen mich. Und sie lieben mich. Aber für heute ist es nicht gut. In der nächsten Kampf kannst du es besser machen. Ich glaube. Aber auf der anderen Seite. Wenn du deine Statistiken guckst. Du gehst niemals durch die ganze drei Runde. Du hast es immer vorher. Vielleicht ist das auch gut. Ja. Danke für das Interview. Bestes Glück für den Zukunft. Wir sprechen über den Zukunft. Ist das etwas für dich geplant? Danke. 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 Du hast eine Frage. Ja. Die letzte Frage war über den Zukunft. Ist das etwas klar? Normalerweise am 8. Dezember. Ja. Am 8. Dezember. Vielleicht in Costa Rica. Oder in Finnland. Vielleicht das nächste Mal. Ja. Okay. Dann. Bestes Glück. Wir hoffen, dass wir dich dort sehen. Ja. Danke. 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 Vielen, Morgen. Vielen Dank.